Wir sind hier im Funpark auf der Thuracher Höhe. Im Hintergrund sieht man die großen Jungs mit den weiten Sprüngen und den richtig großen Kickern. Bis es soweit ist, muss man aber beginnen und das ist auf der Easy Line und die ist vor allem familienfreundlich und die schauen wir uns jetzt an. Mir gefällt am besten, dass es auch so weitläufig ist, dass man gut glaubt hat und als Familie gemeinsam fahren kann. Also mir haben am besten die Kicker gefallen.